Aber der Sex vorhin mit uns beiden war echt gut, ja? Ja, der war gut. Nimm ihn in den Mund. Nein, bitte nicht. Mit Eier. Nein. Mit Eier. Yo Leute, was geht ab der Podium-Schatz? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, Minecraft Let's Play Singleplayer. Ja, im Livestream letztens bin ich ja hier hingegangen, um ein bestimmtes Video umzusuchen, was ich aber leider nicht gefunden habe. Und diesmal suchen wir aber weiter. Aber dafür brauch ich Holz, weil ich mich in den Mund mache. Und mit mir dabei ist DJ Paddy und der Epic. Oh, nein. Boin, boin. Was geht? Voll Pizza fressen und so, ja. Ewig. Alter, ohne Witz. Ich werde dich rausfüßen, ey. Das ist mir scheiße, egal. Ich werde dir die Mühe machen und das rausfüßen. Du hast auch gesagt, dass du die Aufnahme heute cuttest, da diese 43 Minuten, aber hast das auch nicht getan. Ja, weil ich mich dann überreden lassen habe, dass ich mich komplett uncutten lasse. By the way, meine Freundin hat es genervt, dass du nicht geschnitten hast. Also die meinte die ganze Zeit, ja, diese Pausen sind sauscheiße. Ja, super. Siehste, Paddy, Alter, ganz ehrlich. Ich höre nie wieder auf deine Radschläge. Nie wieder. Hö, lass an, Cut, ist tausendmal besser. Naja. Ich hab noch nie geschnitten. Ja, Paddy, deine Videos sind auch einsame Sahne, also. Aber Daniel macht halt so Pausen, ne? Fick dich, Alter. Ja, du kannst nicht mal kreuz sein. Nein, die Sache ist halt, weil du ja kein Gameplay drauf gemacht hast, also es war ja wirklich nur reden, waren die Pausen halt so ein bisschen blöd. Ja, ich wollte sogar noch Musik hinterlegen eigentlich, aber hab ich auch nicht gemacht. Hab ich vergessen. Ja, dann... Aber ich muss mich echt beeilen, Alter, ich war auch jetzt halt... Deswegen einfach wie Totschuh rein, zack zu zack, renn dann fertig. Ja. Beim nächsten, beim nächsten letzten Talk wird auch geschnitten, die Pausen. World at War. Unser Zweier war 43 von 48, epic. Was, was, was? Ey, Paddy, hab ich nicht vorhin irgendwas erwähnt gehabt? Schnauze halten, Alter, die 5. Minuten. Was willst du mit Schnauze halten? Wird gezockt. Du hast gedacht, ich bin dabei, also bin ich auch dabei. Was willst du von mir? Ja, aber du sollst doch nicht vor Benefit erwähnen so lange. Meine Fresse, war das so schwer zu begreifen? Ich hab auch 5 Mal erwähnt. Äh, dann geh irgendwo anders hin, weil das ist immer noch ein Teensweek, wo Benefit gespielt wird. Ja, aber du bist das auch noch nicht hin. Ja, und? Und ich hab vorher gesagt, was die... Ich hab vorhin gesagt, was die Verpflichtung ist. Epic hat auch gesagt, okay, die 15 Minuten lässt der Band, die es sein und danach spielt er. Ja, ich hab ihn normal drauf angesprochen, von wegen, dass da 23 Leute auf unseren Server sind. Auf den World of War. Ja. Ja. Oh nein, warte nicht mehr zu drücken. Ich hab auch schon mal die Scheißbäume, wo ich Holz abhole. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Aber ich hab nette Dinge und Knochen. Äh, 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 äh. Oh, da ist ein Creeper. Zwei Creeper, ein grüner und ein schwarzer. Ach so, äh, äh. Äh, ja, okay, warte. Ich laber jetzt nicht über Paddy's YouTube-Kanal, während Daniel... ...gemacht. Oha, oha, Werbung oder was? Ich glaub's ja nicht, äh, ja. Ach komm, dank mir bist du auch mit den Abonnenten ein bisschen hochgegangen. Bei Battlefield. Ja? Ja. Ich hab da eigentlich gar keine Ansteigung eigentlich gemerkt. Das siehst du selber gar nicht. Seh ich das selber gar nicht. Ich hatte vor... Ja? Ja, warte. Ich glaub vor fünf Tagen hatte ich... Auch wenn, hört nicht zu, alter Mann. 520 Abonnenten, jetzt hab ich 529 Abonnenten. So. Einer davon ist meine Freundin ab heute. Ja, bei mir ist es wirklich seine Freundin ab heute. Boah, ich hab mir deine Freundin geklärt, ey. Ja, genau. Noch so'n Spruch und ich schmeiß dich aus dem Channel. Okay. Okay. Kann ich sogar. Also, ne? Grenzen entdeckt? Grenzen entdeckt? Ich mein, ich... Ist ja okay für... Was ist schön und so? Aber... Ja, das ist sowas. Ja, okay. Sorry, ja. Sorry. Da, da werd ich zickig. Da werd ich zu lieber, was das angeht. Okay. 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 Ich schlüsse den Snickers. Ne, alles gut. Macht mir Spaß. Loll, hinter dem Berg waren Bäume. Loll. Loll. Voll fail. Wie heißt deine Freundin? Meine? Ja, also... Bei YouTube. Gute Frage. Warte, warte, warte. Ich hab sogar den Kommentar immer noch offen. Ich musste den Kommentar einfach offen lassen. Der war einfach nur so Premium. Aus Dieter Meier. Mein Dad hat mich vor drei Wochen abonniert. Dein Dad hat dich abonniert? Ja. Läuft bei dir. Läuft ja richtig hart bei dir, alter. Läuft. 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 Fangen wir an wie viele Abonnenten hast du. Madem. Nicht? 89. Nicht so wenig. Na und leck mich auf den Sack, Junge. Es juckt mich relativ wenig, Alter. Ich mach das auch Spaß an der Freude. Ja, das Ding juckt mich auch nicht, wie viele Abonnenten nicht habe. Ich mach's so lange, bis es mich abfackt und ich kein Bock mehr auf. Youtube Farbe. Was aber irgendwie niemals passieren wird. Hahaha. Ja, wie heißt denn jetzt die... Ja, Selina Summer irgendwas. Selina, okay, da muss ich ja irgendwie ganz oben gucken. Ich lieg dir den Kanal-Link. Sie ist nicht sichtbar auf Youtube, wenn sie dich abonniert. Ne, den Youtube-Link brauchst du mir nicht geben, weil ich hab dich auch abonniert. Ja, aber... Ja, aber... 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 Sie sieht man nicht. Wenn sie dich abonniert, siehst du sie nicht mehr abonnieren. Aber... Ne, das weiß ich. Aber ich... Ja, geh einfach auf Let's Talk 1. Ich bin doch schon dabei. Ich seh's doch schon. Männer wissen, was wir da waren. Tati, sag es mir bitte. Ja, musst du mir die Nummer geben. Selina... Ich will ja jetzt nicht hetzen oder so, ne? Aber er wollte die Nummer von deiner Freundin. Also... Warte was? Sie wollte doch einen Ratschlag haben. Ippi, ich kann dir ein gutes Wort ansetzen. Keine Sorgen. Falls sie wieder dieses Video guckt, ne? Du weißt Bescheid. Alles zum Vorteil ausnutzen. Achso, wir beide müssen noch einen Ringen. Ich muss noch deine Ringengrünste wissen. Ippi. Was? Was? Warte, was? Was? Na hier wegen dem Ringen im Teamspeak. Weißt doch, ihr seid verheiratet. Wir waren... Der Ringen im Teamspeak, der passt schon. Ja, aber wir waren noch in Urlaub und haben zusammen geheiratet. Weißt du das nicht mehr, weil es in Deutschland nicht geht? Was? Ja, genau. Ja, das hast du vorhin bei der ersten Aufnahme sogar gesagt. Ja, heute morgen. Ja. Beim Let's Talk. Jetzt kannst du dich nicht mehr ausreden. Oh, jetzt hat er sich selbst ins Bein geschossen. Hey, ich... Das Problem ist, meine Freundin darf nicht wissen, dass ich vor... Dass ich in Amerika war ohne sie, weißt du? Und jetzt hast du es angesprochen. Jetzt habe ich ein Problem. Achso. Und du hast gerade gesagt, dass du in Amerika warst. Das ist alles auf Aufnahme, ne? Also... Katastrophe hier. Oh, oh, da gibt's... Ärger, ey. Da wird... Da werden Hintern versohlt, das sage ich dir. Oh, ja. Das würdest du machen. Warte, was? Oh, Mann, ey. Sorry, Schatz. Ah, das ist auf dem Spaß, ja. Das hilft nicht. Ein bisschen Spaß muss auch sein. Ja, auf jeden, ey. Ohne Spaß geht die Welt zugrunde. Jo, jo. So, mein nächstes Let's Play, was ich hochladen werde, wird auf jeden Fall mein End-Mersen-Code dabei sein, ne? Mal gucken, was ich jetzt mache. Aaaaai. Geht nicht, nein. Oh, ich hab 35 Minuten. Das ist echt lang, ne? Läuft bei dir. Nein. 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 Ich will kein Grabbel. Ich brauche Stone. Da ist doch. Ich hab noch nicht mal ne Spitzhacke und wurde mich runter. Das nur weg. Aber jetzt mache ich mir gerade ne Spitzhacke. Dann packe ich ihn. Nehme ich ihn eigentlich schon mal. Halbwenig, glaube ich. Badababa. Oder was würdest du sagen, wie lange nehm ich ihn auf? Keiner Ahnung, 10 Minuten. Ja, so circa. Äh, warte, 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 du nimmst jetzt insgesamt schon seit 22, 36 auf. Ja, du darfst nicht auf TeamSpeak schauen. Ja, sag mal noch, sag mal noch mal, 5 bis... 5 Minuten? Ich hab 5 Minuten zu früh aufgenommen mit TeamSpeak. Okay, dann halt, du hast, ähm, 40 angefangen sind jetzt 10 Minuten. Ach so, dann mach ich noch 5 Minuten. Also, das heißt, 55 musst du aufhören. Also, so in die Richtung. Ja, passt schon. Wenn nicht, wird die Folge halt ein bisschen länger. Weil ich das 100 pro drinnen lasse, was soll ich... Ja, ja. Seid ihr zu spät aufgenommen im TeamSpeak, ansonsten hättet ihr noch was wunderschönes hören können, ey. Darüber reden wir nicht. Ne, das ist privat. Was in Vegas passiert, bleibt in Vegas, also... Siehste, er war auch schon in Vegas, also, ich... Also, ich weiß nicht, so. Also, Leon. Das war jetzt einfach nur ein Spruch. Leon, Alter. Sag nicht Leon. Alter. Wie kickt man nochmal, Leute? Äh, ein Kick auf den Namen. Nein, das war jetzt aus Versehen, jetzt. Lass es, war aus Versehen. Und dann den Grundbild. Leo. Was, Grund, er hat nicht Leon. Ja, das ist ja der Grundhafte. Warte mal, ich kann doch seine Beschreibung ändern, oder? Ja. Mach diesen Link weg, mach diesen Link weg, Alter, bitte. Das ist kein Link, da steht einfach in der Beschreibung, Doppelpunkt. Ja, das lese ich jetzt bestimmt nicht vor. Hast du doch schon mal. Ja, ich weiß. Ja, hat er heute Morgen schon vorgelegt. Dass Daniel schwul ist. Ja. Da steht aber nicht, dass Daniel schwul ist. Pass auf, das steht da. Scheiße, Alter. Nein, wehe! Ja. Fick dich, Alter, wenn du das machst. Ja. Wo ändert man nochmal seine, seine, so die Dingens? Rechts geht auf den Namen, dennoch Beschreibung. Darf die Änderung nicht, Alter, ich darf die Beschreibung nicht ändern. Was soll das? Ja. Das sind nur Edmonds. Oh, zu gut. Und jetzt zum Beispiel bei Epic reinschreiben. Also, ich erklär mal so lange, was heute hier vorgefallen ist vor den 5 Minuten, bevor ich auf die Aufnahme nachgedrückt hab. Das war sehr, sehr, sehr witzig. Also, es ging darum, wie Paddy. Paddy, mach. Ja, mach ich. Was? Oh, Rache ist süß. Rache ist süß. Also, es ging darum, Epic ist sehr gemein heute zu Paddy gewinnen. Und ich daraufhin ja, was ich nick, das liebt dich. Ja, es ist aber nicht, es ist aber nicht witzig, wenn du es nacherzählst. Oh, man, jetzt hast du die ganze Pointe versaut. Normal, hallo? Was in Vegas bleibt, bleibt in Vegas. Was? Ach, egal. Daniel lutscht dir eine Schwänze. Herz noch am Ende. Perfekt. Also, ich sag's mal so, ne? Und Epic sagt halt, Rache, Sex ist geiler als normaler. Na, jetzt wird Daniel gemobbt. Was? Was? Was hat das damit zu tun, dass du Schwänze gerne lutscht? Ach, den. Epic, mach mal mit jemandem, mach mal ein Foto rein. Ein Foto? Ja, bei Teenspeak. Ob, ob jetzt halt, äh, Mlam von DF oder halt, äh, Relife ist ja eigentlich egal. Könnte ich auch mal machen. Äh, ja, dann, dann schick mir mal dein Mlam. Dein Mlamlam vor allem. Dein Mlamlam? Mlamlamlamlam. Äh, Daniel? Dann gehst du einfach. Ja? Okay, du bist noch am Ende. Ja, ich bin noch am Ende. Dann mach doch einfach da bei Ecke, also da wo sie drin sind, Mausklick drauf. Ja. Dateibrowser, okay. Ja, und das die Data Force. Und das einfach downloaden und einfach dann als benutzen. Juuuuter jung. Hab ich mein Bild eigentlich drin, ne? Ja, ja. Daniel hat's drin. Ich hab was anderes. Ja, Sigi hab ich drin, Alter. Ich bin richtiger Data Force, Junge. Ja. 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 Ich bin mehr Data Force, als wenn dir Blut fließt, Junge. In wem? In Epic. Ich bin Kohli da. Was willst du eigentlich? Nee, Kohli da. Das bist du nur, weil ich nicht da war. Das bin ich, weil ich besser bin. Naja, eigentlich nur, weil mein PC besser ist, aber gut. Ich, Alter, musst du ja unbedingt nur eine Aufnahme wählen. Genau am Ende, weißt du. Genau am Ende der Aufnahme musst du ja das noch erwähnen, ey. Egal, Leute. Wenn ihr auf die nächste Folge gespannt seid, vielleicht ist dort wieder Fiji Party oder der Epic dabei. Oh? Also, ne, besonders an dich, Selina. Loco, ja, dann werd ich für recht noch ein bisschen was da raussorgen, ja. Vielleicht so ein paar Sachen, so Tipps und so, aber musst du genau zuhören. Ja, auf jeden Fall, ne. Also, ich würd sagen, wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like. Wenn nicht, dann nicht. Das ist ja euren Channel. Also haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht das gut und ciao, ciao. Bye bye. Ah? Sorry, da musst du sein. So, ich geh jetzt eine raus. Was? Ich geh eine raus. Wir zocken jetzt. Ja, ich, ich joine, ich joine schon mal. Und du joinst mir nach. Ich, ich joine und du joinst mir nach. Nein, wie, du, ich. Ja, all of war, oder? Dieses Goemon. Ja, klar. Ja. Ja. Wir joinen einfach beide einzeln, so. Ja, mach mal doch gerade. Die, äh, die Pärchen, älter. Ah, ja. Warte, was? Die Aufnahme beendet, älter. Ey, epic, aber vorhin. Aber der Text vorhin mit uns beiden war echt gut, ja? Ja, der war gut. Was? Ja, was? Daniel nicht aufnehmen. Ich wette, der hat gerade eh Preps irgendwie im Hintergrund laufen die ganze Zeit. Okay, Leute. Haut rein. Ciao. Ciao. Hat er nicht. Hat er nicht. Hat er das. So. Boah. Auf die Idee kommt er nicht. Achso, Daniel, guck jetzt mal bitte deine Beschreibung. Äh, ja. Pet, äh, Petty lutscht gerne Schwänze am Herz. Ja, da hast du hundertprozentig recht, der Petty, der lutscht wirklich gerne Schwänze und Eier. Hallo, Eier sind, sind Besten, nello. Nimm ihn in den Mund. Nein, bitte nicht. Mit Eier. Nein. Mit Eier. So, ich geh jetzt dann noch auf den Ladies. Nicht so viel Schwanz dockeln. Ich bin da. Ach Gott. Nie vergessen, ich hab die Hose an, nicht du. Ja, deswegen ja. Bis gleich. Dabei hab ich eigentlich die tiefere Stimme. Was? Dabei hab ich eigentlich die tiefere Stimme und männlichere Stimme, aber gut. Na und? Na und? Ich bin, ich bin der Mann. Nein. Du hast nicht die Hose an. Du hast einen Rock an. Du hast gesagt, das ist bequemer. Na und? Ich weiß nicht, dass ich keinen die Hose an habe. Pizza fertig gegessen. Und ich join jetzt in Pizza. Ja, ja, join mir mal hinterher. Was denn? Ich hab wirklich die Hose nicht mehr entlassen. Jetzt werde ich die.